Hallo, neben Twitch auch jetzt auf YouTube. Wir fahren fort. Wir haben jetzt eine Weile nicht aufgenommen und das angeschaut, weil einfach dieses Spiel zu doof ist und ich mich nur ärgern muss und ich auch irgendwie wenig Zeit hatte. Aber jetzt machen wir weiter. Uh, eine amerikanische Fahne. Wo sind wir hier? Ah, wahrscheinlich wieder bei unserer Freundin, gell? Jupp. Can't sleep. Dafür schlafen sie aber eh ganz gut. Ich glaube im Englischen heißt das I can't sleep. Ich weiß nicht. Das schaut irgendwie unnatürlich aus, wie die das machen. Hey, wir können ein Selfie machen. Na, das machen wir doch gerade. Oh Gott. Hallå. Ah, ja, ja. Warum? Da, ja. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Können wir unsere Sachen nutzen um Tests zu schummeln? Ist der Film auch irgendwie nochmal zu Ende? Nein. Wir sind irgendwo eingebrochen. Oh Gott. Sind wir denen jetzt noch einen halben Tag zu, wie sie hier rumliegen? Oh mein Gott. Stellen sich Amerikaner so erotig vor? Hm. Möglicherweise. Äh. Hallo? Ah. Endlich. Wie wärs mit anziehen? Ah. Sie sagt das gleiche wie ich. Ah. Na gut. Wir haben uns zuerst die Warren Sachen an. Wer muss schon anziehen? Freut mich zu sehen, dass du Blackwell nicht gesprengt hast. Na gut. Freut mich fast. Nebenbei das Autoken ist schwer beliebt. Also kaufe ich die Tickets jetzt. Ist dieser Popcorn verantwortlich, also gibt es kein Zurück mehr. Ähm. Ähm. Okay. Gut. War jetzt nicht so interessant. Na dann. Öffnen wir mal die Schublade. Schauen wir mal. Ob da Kleidung ist. Na dann halt nicht. Wo sind denn deine Klamotten? Da unten. Und wieso ziehst du dir deine Klamotten nicht an? Ach Gott. Ach. Ach. Was? Ich jetzt? Ich dachte du wirst was anziehen. Da ist Kleidung drinnen. Ach Gott. Na gut. Dann. Wir machen halt da Kleidung raus. Äh. Okay. Da klickt mir rosa. Äh. Okay. Das heißt wir ziehen immer das gleiche an. Das heißt wir ziehen immer das gleiche an. Echt jetzt? Heißt das wir müssen jetzt trotzdem dort gehen. Dorthin gehen. Und uns was davon anziehen. Also nicht das. Ah. Man kann ihn ja doch öffnen. Die Klamotten war die Klamotten nicht so. Ich bin auch mehr auf der ganzen Welt. wie sie nahm. Sie haben ja. Man kann solle ich mich zurück ад, der Korin-Grant T-Shirt und Tehrer Jeans nach. Sie sind doch. Ich mag die Klamotten. Aber es wäre nicht so viel zu sein, als ich mir so aussehen. Bis zum Beispiel. Stop second-guessing dich mal. Na gut. Und dann lege das dich auf, und dein inner Pug Rock brauche. Und du kannst dich auf die Weltkarte. Vielleicht wirst du die Champions. Und du wirst nie einmal sein. Du kannst dich auf die Wahl. Zum Beispiel. Für die Handball. Ich bin. Oh ja, Amerikaner, Amerikaner halten das wahrscheinlich für... Na gut, dann küssen wir sie halt, wenn sie es will. Echt jetzt? Priceless heißt doch nicht painlich. Okay, dann durchsuchen wir noch alles hier, zum Beispiel den Computer. So wie immer können wir den benutzen. Oh, Priceless, wir haben ihn infighted. Ja. Mhm. Incident. Polis infighted partners wanted to break in and vandalism in Blackfell Academy's campus around 1.30 a.m. Police have not stated if they have any suspects yet. Okay, Apple Night Donuts. Na gut, ich hoffe der nackte Mann ist nicht wichtig für uns. Ja. Ähm, ja. Okay. Das Zurück vorige, also Zurück heißt einfach raus. Na gut, ähm, da ist ein Buch schauen, die liest. Ähm, weiss ich nicht, vielleicht hat sie das schon viel länger hier. Ähm, da ist noch ein Handy. Kann man das gleich mitnehmen? Nö, offensichtlich nicht. Ja. Oh. 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 Okay. Ist es nicht irgendwie unhöflich, im Handy von anderen Menschen zu lesen? Ich meine, okay, ich hab's getan jetzt, aber... Ach, was soll's. Hey, was ist das? Äh, die schaut genauso aus wie damals. Jetzt. Ja, dann drehen wir doch glatt auf. Bright Eyes, Angus and Julie Stones, Sparkle Horse, ne irgendwie Sparkle Horse, was auch immer Sparkle Horse ist. Wahrscheinlich irgendein Gedüdel jetzt. Wie die letzten paar Male. Was? Gar kein Gedüdel? Habe ich die Musik abgedreht? Ich glaube, ich hab die Musik abgedreht. Die war echt nervig. Ah, das Geld. Nein. Warum? Hier ist ja ein Kondom dabei. Und einen Burger Gutsch. Nein. So eine Stamp Card. Und Bus Tickets. Don't be a dummy cover your willy. Ach. Willi denke ich immer an 4 gegen Willi. Das kennt ihr natürlich alle nicht. Ok. Wo sind wir? Ok. Ok. So. Gut. Wir haben jetzt ein neues Foto. Welches neue Foto? Das schaut nicht so aus, als wären da neue Fotos dabei. Na gut. Eine neue SMS von einem unbekannten oder einer unbekannten Miss Caulfield. Ich wollte ihnen für alles, was sie für meine Tochter getan haben, danken. Sie haben mir an Mut und Anstand bewiesen, als sie auf dem Dach zu Hilfe kamen. Sie haben wirklich alles getan, was möglich war. Und Cates Leben lag nie in ihren Händen. Kate ist nun in einer besseren Welt. Ja. Ihr wisst aber hoffentlich schon, was das Christentum zu Selbstmord sagt. Aber sie wird in Gedanken immer mit uns sein. Und ich weiß, dass sie ihnen ein langes und gesegnetes Leben wünscht. Sie werden für immer in unseren Gebieten sein. Friede und Freude. Richard Marsh Die in der Hölle schmoren. Das wisst ihr hoffentlich. So, schauen wir mal, ob wir ein Frühstück kriegen. Ah, das ist ein Badezimmer. Wir benutzen eine Zahnbürste. Was ist das? Haben wir jetzt gerade ihre verwendet? Vielleicht haben wir auch die von Frank verwendet. Heißt da Frank, der Vater von der... Hm, vielleicht sollten wir dann eher Duschen ... Was ist das? Blau ist doof. Pink ist gut. Müssen wir aufs Klo? Das ist so wie bei den Sims. Können wir beim aufs Klo zuschauen? Dann machen wir ein Foto. Wenn wir es schon noch machen können, machen wir ein Foto. Hey, wir haben irgendwas freigesetzt. Ah verdammt, ich hasse das. Okay, duschen können wir also nicht. Na gut. Sonst irgendwas hier benutzen? Mitnehmen? Okay. Können wir da reingehen? Nein. Da reingehen? Auch nicht. Hey, da ist ein Poster. Hä? Okay. Heißt das hier, machen nur Frauen das Essen? Find ich nicht richtig. Find ich nicht richtig. Da waren wir ja schon. Na gut. Gehen wir frühstücken. Das war schon. Dann haben wir gleich noch einige Jahre Reise. Huh! Nein. ... Achüss! Dann wissen wir Oke. Patschisch employees. Vierer keine optimalen Idee. Das ist doch kein appar神! family. Ja. Nein. Vielen Dank. Das ist doch Career Paolo. Schra соб mism oder keineτό nex. Und Sie? Also, wir haben hier Cornflakes. Ja. Küche, auch. Ja mach ihn auf, du brauchst Dings, wie willst du sonst die Milch rausholen? Okay, wir können keine Milch aus dem Kühlschrank holen. Wir nehmen die Eier. Okay, können wir jetzt bitte den Kühlschrank aufmachen? Mieten. Okay, wo hat sie die Milch hingetan? Offensichtlich nicht im Kühlschrank. Ja, ich habe die Milch gefunden. Hm. Okay, da ist noch eine Flasche. Ja, Choice natürlich. Ich meine. Flash, Snow and Freak Eclipse. Apocalypse, soon. Äh, ja. Achso, das steht da links unten. Jaja, whatever. Können wir eigentlich auch laufen? Okay. Hm. Ja. 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 Doch. Hm, ich will nicht hier sitzen. Da sitzt sicher der Wahnsinnige daneben. Können wir uns bitte hierher setzen? Nein. Offensichtlich können wir uns nur hierher setzen. Das war abzusehen. Und... Ja, ja. 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 Ja, dann ist sie halt. Es ist halb neun. Dann muss sie in die Schule eigentlich. Ja. 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 Ja, ja. Ich weiß nicht. Wenn ich hier hatte, dann... Im Normalfall müsste das anders ausschauen, wenn sie... Not on. Not on. Not on. Oh, süss schon, ja sieh ganz nett. Das ist eigentlich auch nett. Greetings from Arcadia Bay. Okay. Wie sehe ich nichts? Ja, offensichtlich wissen wir jetzt etwas, was wir vorher nicht wussten. Das heißt, die Lade war schon das Richtige. Nehme ich mal an. Na dann. Okay. Offensichtlich gibt es noch andere Hinweise. Das ist ja auch. Was? Am vorhin? Padlock vielleicht? Ja? 71, 71. Warum sollte das so machen? Ach. Okay. Na gut, dann schauen wir halt noch andere Sachen auch an. Sicher. Das ist ja gar nicht gesucht. Was? Okay. Wir schalten die Gnaden aus. Ach. Wir suchen weiter. Da. Hm. Ich weiß nicht. Wir wollen Militär-Guy. Na gut. Das wäre schon ziemlich dämlich wenn er eins von diesen Dingen da macht. Und die Gnaden und die Gnaden ist gleich bis zum Abend. Ja. Na dann. Lesen wir es doch glatt. Nach Hause zurück, einen Leitfaden für Veteranen. Ah, okay, wir können es nicht wirklich lesen. Na dann, schauen wir mal. Armee, Privat, Familie. Wollen wir mal Armee. Na dann, müssen wir halt zurückgehen. Wir nehmen das Padlock, ich finde Padlock gut. Na dann. Ja, ja. Das heißt, wir müssen noch mehr suchen. Da haben wir jetzt alles gemacht. Können wir dieses Vorhängeschloss irgendwie... Was ist das da unten? Nix, nix. Schränke. Schuhklade, da waren wir schon drinnen. Okay. Das wird nicht besser. Maybe you could try Arcadia Bay as a password. Ich meine, bekommst du auf das? Okay, das heißt, das kann man auch verwenden. Ich bin mir da unten. Ich bin mir da unten. Was? Deiner Receipt? 11 2708? 4,50 Euro? Was? Kaffee? Ach. FIELD ANGEL. Honk, Just Married? Warum nicht? Hey, eine Kassette. Meinst du? Ich weiß nicht. Ach ja. Wahrscheinlich ist es das absolut Letzte, was wir benutzen. Familie? Schauen wir mal, gibt es das noch mehr? Followed Rachel to Lighthouse. Instead of shopping, where do you go? I heard Kate and Dana W. Talking about supplies for Vortex Club party drugs. Watched Kate with her church group. She knows her Bible. Kate stays in bathroom longer than other students' drugs. So Kate helping Jefferson after class. Don't trust grown men with goatees. Kate has kept to herself since Vortex Club party. Not even church drugs. Tried to talk to Kate about the party. She got upset and ran guilty. Max Online Aliases. Max Online Aliases. Mad Max Max Factor. Noir Angel. Maxis Class Schedule. Naja. Der will halt wissen, was du tust. Immerhin bist du die Freundin von seiner... Ähm... Können wir das wegklicken wieder? Nein. The Language of Photography. Können wir den Laptop vielleicht abdrehen in der Zwischenzeit? Nicht, dass er draufkommt. Ich will ihn gerne abdrehen. Woah. So. Rachel definitely doesn't. Shit. Irgendwas auf Deutsch. Achso. Anderson Barry. Was? Ah. Das habe ich nicht gelesen. Schilding. Rachel Amber 18. Wurde um 14.05 Uhr aus einer Blackwater Academy wegen des Besitzes von Rauschgift aufgegriffen. Dies wurde von Sicherheitschef David Madsen gemeldet. Die sich bei dem Versuch beobachtete, einen verdächtigen Medikamentenkoffer zu verstecken oder zu sichern. Der Beamte wurde gerufen, Miss Amber zu befragen. Die mit Drohungen und Verleugnung reagierte in ihrem Koffer. Wurden mehrere illegale Substanzen gefunden. Sicher anhand der detaillierte Übersicht. Ah. Okay. Gut. Das ist das, was da unten steht. Na gut. War gut, dass ich nochmal reingeschaut habe. Okay. So eine gute dürfte sie also nicht gewesen sein. Na dann. Na dann. Na dann weg. Sollte ich nur Danke sagen, dass du dich für mich und meine Mutter interessierst. Du hast dich für Kate eingesetzt, als es sonst niemand tat. Danke Taylor, ich weiss, du hast ein gutes Herz. Nicht gut genug, um sie zu retten. Aber ich bin hier, wenn du wenig zum Reden brauchst. Das bedeutet mir sehr viel. Bis bald. Xo. Was heißt Xo? Ach, wurscht. Nicht so wichtig. Hey, wir haben ein neues Bild aus dem Klo. Na gut. Ähm. Ja. An dieser Stelle machen wir für den YouTube Channel Schluss. Das war's. Ähm.